Hier ist der Konzertradar Bonn. Ich begrüße Sie zu unserer aktuellen Ausgabe für die Woche vom 22. bis 28. September 2023. Bei uns erfahren Sie jede Woche die Bonner Konzerttermine aus Klassik, Jazz, Pop, Rock und allen anderen Genres. Wir freuen uns, wenn Sie das Video liken und den Konzertradar abonnieren. Informationen zu den einzelnen Konzerten finden Sie unten in der Beschreibung. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß. Freitag, 22. September. Ein Familienkonzert mit dem Titel Weltenwandern findet am Freitagvormittag um 9.30 Uhr und um 11.30 Uhr statt. Thema der Konzerte sind die Reisen der Zugvögel. Sie legen Tausende von Kilometern zurück. Das Musiktheaterkollektiv Die Ordnung der Dinge sucht nach den Gemeinsamkeiten zwischen der Vogelwelt und den Migrationserfahrungen junger Menschen. Am Freitagvormittag um 9.30 Uhr und um 11.30 Uhr in der Festivalzentrale Kreuzkirche. Olivier Messiens berühmte Touranga-Lila-Sinfonie können Sie am Freitagabend in der Oper Bonn erleben. Das Beethoven-Orchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Dirk Kaftan mit Tamara Stefanovic am Flügel und Thomas Bloch am Ante Martino widmen sich mit der Touranga-Lila-Sinfonie dem Gipfelwerk des französischen Avantgardisten Olivier Messiens. Elemente der klassischen indischen Musiktraditionen verbinden sich mit Serialismus und dem mystischen Klang der elektronischen Ante Martino. Am Freitag um 19.30 Uhr in der Oper Bonn. Eine Konzerteinführung gibt es um 18.45 Uhr. Das Lied von der Erde von Gustav Mahler und die Pastoral Symphony von Brad Dean stehen am Freitagabend in der Festivalzentrale Kreuzkirche auf dem Programm. Interpretiert vom Chamber Orchestra of Europe unter Robin Ticciati, der Mezzo-Sopranistin Alice Coote und dem Tenor Alan Clayton. Am Freitag um 19.30 Uhr in der Festivalzentrale Kreuzkirche. Auch zu diesem Konzert gibt es eine Konzerteinführung um 18.45 Uhr. Einen Jazzklavierabend an zwei Flügeln unter dem Titel Zwingende Jazzduette findet am Freitagabend im Klavierhaus Klavins statt. Die beiden renommierten Pianisten Chris Hopkins und Ehud Escheri improvisieren über Werke von George Gershwin bis Duke Erlinken. Am Freitag um 19.30 Uhr im Klavierhaus Klavins. Comedy, Gesang, Magie und Klamauk unter dem Titel Astur. Im Haus der Springmaus erleben sie die Brüder Dominik und Florian Wagner mit einer Comedy-Show, in der die Brüder ausfechten, wer der Bessere ist. Mit Klavier, Charme und Geige. Popkonzert, klassisches Klavierkonzert und Comedy-Show in einem. Am Freitag um 20.00 Uhr im Haus der Springmaus in Endenich. Samstag, 23. September. Von 10 bis 19.00 Uhr stellt sich den ganzen Samstag über das Netzwerk für zeitgenössische Klassik Tuned in der Kreuzkirche vor. Die Kulturstiftung des Bundes hat mit Tuned, Netzwerk für zeitgenössische Klassik, ein deutschlandweites Innovationsnetzwerk klassischer Musikfestivals ins Leben gerufen. Mit dabei ist auch das Beethoven-Fest. An diesem Samstag erleben sie das Beethoven-Fest und die Partner-Festivals und lernen sie mit ihren Performances kennen. Am Samstag von 10 bis 19.00 Uhr in der Festivalzentrale Kreuzkirche. Das Abschlusskonzert der 11. Kompositionsresidenz der Studienstiftung des Deutschen Volkes findet am Samstag Nachmittag im Beethoven-Haus statt. Die beiden Komponisten Elias Jurgschad und Adrian Laugsch stellen ihre Werke vor, die sie während ihrer fünfwöchigen Residenz komponierten. Am Samstag um 16.00 Uhr im Kammermusiksaal des Beethoven-Hauses. Das St. Augustiner Bassani-Ensemble für alte Musik spielt am Samstagabend ein Konzert im Haus Andere Dutt in Bad Godesberg. Das Ensemble widmet sich in diesem Programm unter anderem den beiden Barockkomponisten Georg Friedrich Händel und Johann Adolf Hasse, die beide mehrere Jahre in Italien verlebten. Beide schufen dort einige ihrer schönsten Werke. Händel und Hasse in Italien. Am Samstag um 19.00 Uhr und am Sonntag um 17.00 Uhr im Haus Andere Dutt, Kurfürstenallee 1. Das renommierte Gitarren-Duo Gregor Salz und Johann Mai nimmt das Publikum am Samstagabend mit auf eine musikalische Reise durch das 20. Jahrhundert. Musik von Django Reinhardt, Jazz-Standards aus dem Great American Songbook bis hin zu verführerischen brasilianischen Klängen. Zu Gast ist die rumänische Sängerin Astatine. Am Samstag um 19.30 Uhr in der Villa Leistikow, Muffendorfer Hauptstraße 47a. Das Maler Chamber Orchestra unter dem Violinisten und Dirigenten Pekka Cousisto spielt am Samstagabend das Violinkonzert von Ludwig van Beethoven. Dazu erklingen eine musikalische Erinnerung an Couperin von Thomas Adès und die hypnotische Musik von John Adams in Shakerloops. Das Konzert findet am Samstag um 19.30 Uhr in der Aula der Universität Bonn statt. Eine Konzerteinführung gibt es um 18.45 Uhr. In Bonnermünster spielt am Samstagabend das Ensemble in Alto unter der Leitung von Lambert Concent. Der Name des Barockensembles aus Belgien in Alto bezieht sich auf das weit entfernt liegende, das die Musikerinnen und Musiker entdecken wollen. Unter dem Titel Passage spielen sie Trauer und Hochzeitsmusik von Ludwig van Beethoven, Heinrich Schütz, Orlando de Lasso, Johann Sebastian Bach und vielen anderen. Am Samstag um 19.30 Uhr im Bonner Münster. Die junge Bonner Coverband Fiene Knipp lässt das Publikum in vergangene Hits aus der Jugend eintauchen. Im Repertoire stehen Oldies von ABBA, Elton John, Genesis, Lady Gaga, Amy Winehouse und vielen anderen. Cover aus mehreren Jahrzehnten. Am Samstag um 20 Uhr im Kulturwohnzimmer Rheinbühne Oxfordstraße 20 bis 22. Am Samstagabend lädt das Beethovenfest zu einem Konzert mit Live-Elektronik ein. Sie erleben das Düsseldorfer Duo Grand Brothers als Main Act des Abends. Erol Saab und Lukas Vogel haben ein präpariertes, digital angesteuertes Klavier entwickelt. Damit kreieren sie expansive Klangwelten zwischen Elektronika, Ambience und Neoklassik. Supporting Act ist Lisa Morgenstern mit Klavier, eigener Stimme und elektronischer Klangverarbeitung. Am Samstag um 21 Uhr im Forum der Bundeskunsthalle. Sonntag, 24. September. In einem Martiné-Konzert am Sonntagvormittag spielt das Beethoven-Orchester noch einmal die großartige Touranga-Lila-Symphonie von Olivier Messiaen. Am Sonntag um 11 Uhr im Opernhaus Bonn. Ebenfalls ein Martiné-Konzert spielt der renommierte Pianist Alexander Langwisch. Auf seinem Programm stehen Franz Schuberts große B-Dur-Sonate D960 sowie Ludwig van Beethovens Diabelli-Variation. Am Sonntag um 11 Uhr in der Aula der Bonner Universität. Am Sonntag beginnt ein viertägiger Meisterkurs für Gesang. Dozent ist der renommierte Tenor Christophe Brigardien. Junge SängerInnen und deren KlavierpartnerInnen werden öffentlich unterrichtet. Der öffentliche Meisterkurs findet am Sonntag bis Mittwoch jeweils vormittags ab 10 und nachmittags ab 15 Uhr im Kammermusiksaal des Beethoven Hauses statt und wird außerdem live im Internet gestreamt. Der Kurs beginnt am Sonntag um 15 Uhr im Kammermusiksaal des Beethoven Hauses. Das Preisträgerkonzert des deutschen Musikwettbewerbs 2022 spielen Anne-Luisa Kramp Violine und Aurel Davidiuk Klavier am Sonntag im Collegium Leoninum. Es erklingen Werke von Saison Franck, Paul Hindemith, Ludwig van Beethoven und Johann Sebastian Bach. Am Sonntag um 15 Uhr im Leoninum Bonn. Der renommierte italienische Gitarrist Andrea De Vitis, Preisträger zahlreicher Gitarrenwettbewerbe, spielt am Sonntagnachmittag ein Gitarrenkonzert bei den Bonner Meisterkonzerten. Am Sonntag um 15.30 Uhr im Auditorium des Kunstmuseums Bonn. Am Sonntagnachmittag findet noch einmal das Familienkonzert mit dem Titel Weltenwandern des Musiktheaterkollektivs Die Ordnung der Dinge statt. Thema der Konzerte sind die Reisen der Zugvögel. Am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr in der Festivalzentrale Kreuzkirche. Das Abschlusskonzert des Beethoven-Festes findet am Sonntag um 18 Uhr in der Oper Bonn statt. Das Chamber Orchestra of Europe unter Robin Titiati sowie der weltbekannte Geiger Christian Tetzlaff spielen einen großen Abschlussabend. Robert Schumanns Violinkonzert Ludwig van Beethoven Sinfonie Nr. 7, Hector Berlioz' Saint d'Amour aus Romeo et Juliet sowie Jean Luther Adams' Ten Thousand Birds. Am Sonntag um 18 Uhr in der Oper Bonn. Eine Konzerteinführung gibt es um 17.15 Uhr. Unter dem Titel Portrait of a Lady spielen die Organistin Annette Ferber und die Geigerin Johanna Herrmann Werke polnischer Komponistinnen und Komponisten. Moderatorin Anja Martin erzählt Wissenswertes und Unterhaltsames über die Musik, die Komponistinnen und ihre Zeit. Am Sonntag um 18 Uhr in der Evangelischen Heilandkirche Domhofstraße 43. Montag, 25. September. Am Montagabend lädt die Bonner Pianistin Susanne Kessel wieder zu ihrer Konzertreihe Beethoven Piano Club ins Pantheon ein. Zahlreiche Solopianistinnen und Pianisten gestalten einen gemeinsamen Konzertabend. Hauptpianistin ist diesmal Susanne Kessel. Thema des Abends sind die Klavierwerke ihres internationalen Kompositionsprojektes 250 Piano Pieces for Beethoven. Weitere Pianistinnen und Pianisten sind Oliver Drechsel, Stefan Eisel, Margot Nisita, Violina Petrichenko, Markus Schimm, Helmut Zerlet sowie Christoph Lahme am Harmonium, auf welchem Originalsätze aus der 5. und der 7. Symphonie von Beethoven gespielt werden. Weitere Gäste auf der Bühne sind der Komponist David Graham und der Musikwissenschaftler Prof. Dr. Rainer Nonnenmann. Am Montag um 19 Uhr im Pantheon Bonn. Das Multimedia-Event Pluriversum bietet am Montagabend kulturelle und politische Impulse zu globaler Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Lateinamerikanische Musik von Grupo Sal und faszinierende Projektionen des Künstlers Johannes Kreitel verbinden sich mit entwicklungspolitischen Fragen. Auf der Bühne diskutieren der ehemalige Minister und Präsident der verfassungsgebenden Versammlung in Ecuador, Alberto Acosta, und Umweltaktivist, Dichter und Träger des alternativen Nobelpreises aus Nigeria, Nemo Basay, darüber, was dringend zu tun ist, um die Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele zu fördern. Am Montag um 19 Uhr in der evangelischen Trinitateskirche Bramstraße 14. Mittwoch, 27. September. Eddy plus Sari, das sind die beiden Wiseguys-Gründungsmitglieder Eddy Hünicke und Marc Saar. Zum ersten Mal seit der Auflösung der A Cappella-Band Wiseguys 2017 gehen Eddy und Sari wieder zusammen auf Tour mit ihrem Pianisten und dritten Mitsänger Tobi. Neben bekannten Songs präsentieren sie ganz neue, eigens für diese Tour geschriebene Werke. Ukulele, Gitarre und Cajon sorgen für abwechslungsreichen Sound. Am Mittwoch um 20 Uhr im Pantheon. Auch in diesem Monat öffnet die Rheinbühne mit Open Mic wieder die Tür für Musiker aus Bonn und Umgebung. MusikerInnen, die sich angemeldet haben, bekommen je einen 15-Minuten-Spot, den sie mit Musik und Leben füllen können. Am Mittwoch um 20 Uhr im Kulturwohnzimmer Rheinbühne, Oxfordstraße 20 bis 22. Die Insito Art Society präsentiert mit Soundtrips NRW am Mittwochabend ein Konzert mit den beiden Sängerinnen Viv Coringham und Maggie Nichols sowie Dusika Cashlon am Klavier und Georges Paul am Saxophon und Kontrabass. Am Mittwoch um 20 Uhr im Dialograum Kreuzung an St. Helena in der Bornheimer Straße 130. Donnerstag, 28. September. Das Abschlusskonzert der Teilnehmenden des Gesangsmeisterkurses von Christoph Brigardien findet am Donnerstagabend um 19 Uhr im Kammermusiksaal des Beethovenhauses statt. Die Kabarettistin und Sängerin Tina Teutner und ihr Pianist Sven Süverkrüpp präsentieren ihr Programm. Ohne dich war es immer so schön. Tina Teutner fragt sich, wie wäre es ein Leben zu führen, das den Titel Leben verdient? Am Donnerstag um 20 Uhr im Pantheontheater Bonn. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und wünsche Ihnen nun viel Freude bei der Auswahl Ihrer Konzertbesuche. Allen Musikerinnen und Musikern viel Erfolg. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Konzertradar. Musikerinnen und 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 Musik